Rentenbescheid prüfen kann sich lohnen. 110 Euro mehr Witwenrente, weil Kinderzuschlag nach § 78a SGB VI nicht bewilligt wurde. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir bekamen den Auftrag, einen Witwenrentenbescheid zu prüfen. Der Ehegatte unserer Mandantin ist leider viel zu früh verstorben. Unsere Mandantin hat zwei Kinder und steht in einem beamtenrechtlichen Dienstverhältnis. Aus ihrem Dienstverhältnis heraus steht ihr keine Zusatzversorgung wegen dem Todesfall ihres gesetzlich versicherten Ehegatten zu. Also aus dem Beamtenstatus heraus selbst hat sie da keine Ansprüche. Gegen den Witwenrentenbescheid aus dem Juni 2022 haben wir auftragsgemäß Widerspruch eingelegt. Neben einem Fehler in der Einkommensanrechnung durch die Rentenversicherung stellte sich bei unserer Prüfung heraus, dass unsere Mandantin den ihr an sich zustehenden Zuschlag nach § 78a SGB VI nicht erhalten hat. Das ist der sogenannte Kinderzuschlag nach den rechtlichen Regelungen für eine Witwen- oder Witwerrente. Es handelt sich hierbei um einen Zuschlag und das ist noch ganz wichtig an abschlagsfreien persönlichen Entgeltpunkten für zwei Kinder unserer Mandantin. Und zwar für das erste Kind für 36 Kalendermonate Berücksichtigungszeiten für jeden Monat 0,1010 Entgeltpunkte. Das macht bei 36 Kalendermonaten schon mal 3,6360 persönliche Entgeltpunkte aus. Und für das zweite Kind pro Monat dann die Hälfte 0,0505 persönliche Entgeltpunkte ist gleich 1,8180 persönliche Entgeltpunkte, wenn man die 0,0505 mal 36 multipliziert. Also in der Summe 5,4540 Entgeltpunkte, die unserer Mandantin bei der Berechnung der monatlichen Witwen-Rente ab Juni 2022 schlichtweg gefehlt haben. Und diese 5,4540 Entgeltpunkte werden auf die zuvor festgestellten persönlichen Entgeltpunkte aus der Witwen-Rente on top obendrauf gerechnet und zwar ohne Abschlag. Sie werden als Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten berechnet. Deshalb haben sie keinen Abschlag. Im Kern wurde unserer Mandantin dieser Zuschlag deshalb verwehrt, weil sie aus Gründen des gesetzlichen Rentenrechts keinen Anspruch auf Zuerkennung der Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten hat, weil sie als Beamtin deswegen nach § 56 SGB IV ausgeschlossen ist. Aber der § 78 Absatz 1a SGB VI gibt in den Fällen des Anrechnungsausschlusses für Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten nach § 56 Absatz 4 SGB VI dennoch einen Anspruch auf Zuerkennung des Kinderzuschlags im Falle des Zuschlags an persönlichen Entgeltpunkten bei Witwen- oder Witwer-Renten. In der Summe macht dies für unsere Mandantin eine Rentenerhöhung von 110 Euro brutto aus und eine Rentennachzahlung von 800 Euro. Also für die Zukunft bekommt unsere Mandantin monatlich 110 Euro mehr Rente. Da die monatliche Witwen-Rente mit dem Rentenartfaktor 0,55 bewertet oder berechnet wird, also 55% der Rentenansprüche des verstorbenen Ehegatten, werden von dem tatsächlichen Rentenerhöhungswert 100% nur, in Anführungsstrichen, nur 55% zugunsten unserer Kunden berechnet. Aber das macht im Grunde genommen, ist das nicht schlimm, denn hier geht es ja letzten Endes nur um die Frage, dass oder um die Tatsache, dass unsere Mandantin 110 Euro mehr monatlich an Rente erhält. Es zeigt sich also immer wieder, dass eine Rentenbescheidsprüfung sich durchaus lohnen kann. Deshalb empfehlen wir eine solche. Aber eines ist auch klar, nicht immer wird oder können Sie mit dem gewünschten Ergebnis bei einer Bescheidsprüfung rechnen, dass dann hinten raus auch noch eine Rentenerhöhung herausspringt. Das ist sozusagen immer der Wunsch der meisten, die einen Rentenbescheid geprüft haben wollen. Denn wir können nur sagen, wir halten es für viel wichtiger, dass Sie wissen, dass wenn wir eine Rentenbescheidsprüfung machen, dass der Rentenbescheid dann tatsächlich auch den gerechtlichen Gegebenheiten entspricht. Und zwar, dass die Rente Ihnen so gezahlt wird, wie sie auch Ihnen tatsächlich zusteht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.